Also, vorab, ich habe die ähnliche Präsentation gehalten vor ungefähr drei Monaten auf dem Podcamp in Essen und habe danach bzw. eigentlich schon davor, haben wir schon rege Kritik per Twitter bekommen. Deswegen möchte ich schon von Beginn aus sagen, wir kommen in Frieden. Es sah nämlich ungefähr im Podcamp so aus und das haben wir auch verstanden, weil wir sind jetzt ähnlich wie 4000 Hertz, probieren wir neue Wege und wir möchten nicht behaupten, dass wir jetzt den richtigen Weg gehen und möchten auch nicht sagen, dass wir es besser machen als andere, sondern wir probieren einfach was anderes aus, genauso wie die Jungs von 4000 und ich würde sagen, wir sehen dann so in einem Jahr hoffentlich, ob das gut war oder eben nicht. Ja, seit dieser Geschichte, die wir wahrscheinlich alle hier anwesend kennen, kann man nicht mehr behaupten, dass Podcasts irgendwie in Nischendasein führen und deswegen haben Maria und ich uns überlegt, das Ganze ein bisschen professioneller anzugehen. Und ja, wir haben uns vor ungefähr einem dreiviertel Jahr zusammengesetzt und überlegt, wir arbeiten jetzt ungefähr, also ich arbeite, ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt an so acht Podcasts mitgearbeitet im Hintergrund. Ich komme halt aus dem Grafikbereich und haben uns überlegt, wie verbinden wir das Ganze, dass das auch, naja, irgendwie aus einem Guss entsteht, beziehungsweise, dass wir zusammen etwas Größeres erreichen können. Und dann haben wir uns überlegt, das Ganze folgendermaßen zu nennen. Wir sind die Kastronauten und ja, wir sind ein Netzwerk. Und das sind die Köpfe dahinter, Maria und ich. Maria soll ich entschuldigen und liebe Grüße ausrichten, sie hat es leider heute nicht geschafft. Aber ich möchte trotzdem kurz was zu uns erzählen. Maria hat jahrelang in der Musikbranche gearbeitet, hat viel mit PR zu tun gehabt, Marketing, hat Events organisiert und Konzerte. Und ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Grafikbereich. Ich habe Grafikdesign studiert und auch Marketing. Und ja, wir machen beide jetzt seit knapp vier Jahren Podcast. Maria mehr im Hintergrund, äh im Vordergrund, ich mehr im Hintergrund. Und so haben wir uns auch ein wenig gefunden. Jetzt mögen ganz viele Leute fragen, ja, ein Podcast-Netzwerk, davon haben wir schon ganz viele und das stimmt auch. Und ich bin halt hier, um mal zu zeigen, was wir denn anders machen. Als erstes, was wir anbieten und was wir mit unseren Podcasts, naja, besprechen, ist ihre PR-Marketing. Es gibt halt, naja, man hat halt, selbst wenn man ein relativ gutes Thema hat und es irgendwie in den falschen Kontext bringt, ist es halt, kann es nach hinten losgehen. Deswegen supporten wir unsere Podcasts auch dabei. Dann, wie meine Vorredner gerade schon angesprochen haben, äh, mal so ganz ehrlich, wir möchten halt andere Finanzierungsmöglichkeiten ausprobieren. Dieses allseits Bekannte, wenn ihr mögt, flattert uns doch mal, äh, möchten wir, naja, sagen wir mal anders angehen. Und jetzt kann es sein, dass der ein oder andere wieder so guckt. Ähm, es ist so, dass wir, äh, das natürlich toll finden, wenn Hobby-Podcasts, äh, oder generell Podcasts, diese Wege, äh, ausprobieren und nutzen. Äh, bei dem einen oder anderen, äh, ich winke mal rüber zum Tim, funktioniert das ja auch ganz wunderbar. Ähm, ähm, allerdings funktioniert das nicht bei allen. Und deswegen haben wir uns überlegt, äh, ähnlich wie meine Vorredner wieder, ähm, ähm, uns, naja, die Wege aus Amerika mal, äh, äh, anzunehmen und die auch in Deutschland zu probieren. Ja, äh, als drittes, äh, möchten wir gerne Live-Events, äh, veranstalten mit den Podcasts, die dafür geeignet sind. Äh, unter anderem, ich weiß nicht, ob jemand Gästelisse Geißerbahn hier kennt? Okay, sieht nicht so aus. Äh, kommen, äh, aus Berlin, unter anderem mit Nils Bokelberg. Ähm, und die haben hier schon in Berlin im Comedy Café, äh, drei oder vier, äh, äh, Livecasts veranstaltet. Die waren jetzt auch vor ein paar Tagen auf der Republika. Und, ähm, ja, das möchten wir, äh, mit allen Podcasts, die daran Interesse haben, äh, weitermachen und, naja, die dabei unterstützen. Wir stehen im Moment deutschlandweit mit mehreren Locations, äh, in Verbindung und, ähm, ähm, ja, organisieren das Ganze. Äh, als nächsten Punkt, äh, möchten wir auch für unsere Podcast Merchandise anbieten und das Ganze ein bisschen professioneller angehen. Äh, es gibt natürlich schon seit Ewigkeiten die Möglichkeit, sowas über Spreadshirt zu machen. Und da bleibt aber am Ende, wenn man die Shirts dann nicht gerade für 35, 40 Euro verkaufen möchte, äh, bleiben so 50 Cent, äh, oder einen Euro, äh, für denjenigen, der es einstellt. Und das möchten wir natürlich, äh, anders angehen. Ja, also von T-Shirts, ähm, gehen wir auch über andere, äh, äh, Geschichten. Wir probieren gerade, äh, zum Beispiel sowas aus. Äh, das sind, äh, ja, Chucks, wie man sieht. Und, äh, ja, wir möchten halt, äh, äh, ja, auch Merchandise anbieten, äh, die es so noch nicht gibt. Äh, als letzten Punkt und auch sehr wichtig, und da haben wir, äh, gestern ja schon was zugehört und die Jungs von 4.000 machen das auch ganz gut, äh, ist, äh, äh, das klang jetzt negativ, machen das sehr gut. Entschuldige. Machen das sehr gut. Ähm, ist der grafische Support, äh, von unseren Cast. Also, ähm, es ist jetzt ein bisschen überspitzt, was ich euch zeige, aber sowas möchten wir halt nicht sehen. Ähm, und ich glaube, das möchte auch kein anderer hier sehen. Und, äh, ja, davon möchten weg und helfen, äh, all unseren Casts aus dem, aus dem Castronauten Orbit, äh, dabei die Webseite ein bisschen aufzufrischen und, äh, generell, äh, das CI ein bisschen durchgängiger zu ziehen. Ja, vor drei Monaten, äh, beziehungsweise wir sind vor zwei Monaten mehr oder weniger gestartet, aber vor drei Monaten auf dem Podcamp, äh, konnten, konnte ich bis dato nur diese Liste zeigen. Ähm, das hat sich dann mittlerweile geändert. Wir bestehen mittlerweile aus 25 Casts und, äh, haben alles Mögliche dabei. Also, von, äh, Ein-Mann-Mann-Shows, äh, von der Bastard spricht ein bisschen, naja, von seinem Leben, was er so täglich erlebt. Äh, wir haben mit, mit Warnhofs Wunderbarer Welt der Wissenschaft auch, äh, so welche Ansätze. Äh, dann geht's auch über, naja, wie wir es gerade schon gesagt haben und genannt haben, äh, wir haben auch Laber-Podcasts dabei, äh, wir haben Videospiel-Podcasts und Serien- und Film-Podcasts und alles andere auch. Also, wir haben versucht, eine, eine gute Bandbreite zu schaffen, äh, um ein Team, äh, zu, zu bilden, die, naja, von, aus, aus mehreren Schichten kommen, aus mehreren Bereichen und, äh, diese zu bündeln. Ja, als Letzten und der, ist der Johannes gar nicht da hier? Gerade? Gestern war er noch da. Johannes wollte ich noch nennen. Sieht man ihn da? Ja. Ähm, Johannes hat, ist, ist Grimme nominiert, das wollte ich jetzt noch einmal erwähnen. Ähm, wir könnten jetzt applaudieren, wenn er da ist, aber anscheinend ist er nicht da. Gut, ähm, das war kurz und knapp aus dem Orbit. Ich hab halt auch gedacht, dass, äh, die, die Q&A dann wahrscheinlich ein bisschen wichtiger wird. Alles andere könnt ihr natürlich auf kastronauten.com auch, äh, noch mal nachlesen. Und, äh, ja, Fragen und Antworten gerne jetzt. Ja, danke soweit. Gibt's Fragen? Moin. Hi. Ähm, wie, wie organisiert ihr euch? Also gerade ihr zwei Kastronauten, macht ihr das jetzt primär erstmal in der Freizeit oder plant ihr daraus wirklich auch eine Wirtschaftlichkeit wie Kollegen von 4000 Hertz zu machen? Wollt ihr damit später Geld verdienen? Und, ja, was ist eure längerfristige Idee dahinter? Also wir probieren es natürlich auch, ähm, sagen wir mal, äh, zeitnah eine gewisse Wirtschaftlichkeit umzusetzen, äh, was aber natürlich, äh, dann doch schwieriger ist als erwartet. Ähm, ähm, genau. Wir haben die ähnlichen Erfahrungen gemacht wie die 4000 Jungs, äh, dass es, sagen wir mal, obwohl Podcasts mittlerweile immer populärer werden, äh, vor allem im, im B2B-Sektor als, äh, naja, als Werbemittel noch nicht so auf so eine große Akzeptanz stoßen. Also, äh, wir sind auch sehr hart am, ähm, naja, an die Hand nehmen, am, am Erklären und, äh, das dauert sehr und, ähm, kostet viel Zeit, aber, äh, es funktioniert gerade so, äh, jetzt langsam. Also es kommen immer wieder, äh, jetzt auch, äh, Fragen, die, also, äh, ähm, Fragen von den, von den, von den Firmen von sich aus und, ähm, ja, ja, das, äh, war am Anfang noch nicht so. Äh, ich hätte eine Frage noch zur Exklusivität, äh, ähnlich wie bei 4000 Hertz, ähm, bei der Präsentation vor drei Monaten auf dem Podcam war, glaube ich, äh, Walrus and the Bear noch mit bei euch. Der ist jetzt bei 4000 Hertz. Wie sieht's denn da aus? Oder kannst du da was dazu sagen? Sehr gut, sehr gut. Ja, da gibt's gar nicht so viel, so viel zu sagen. Ähm, wir haben auch, also es war keine, keine böse Übernahme von den 4000 Jungs. Wir haben da, äh, quasi, äh, im Hintergrund, äh, äh, das ganz freundschaftlich gehandhabt. Äh, äh, Walrus and the Bear stand schon, bevor er mit uns in Kontakt stand, mit den Jungs in Kontakt. Und da gab's, glaube ich, irgendwie Missverständnisse, ähm, beziehungsweise, äh, er hatte sich das ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich's jetzt richtig noch im Kopf hab, und dann wollte er es zu uns. Und dann ist ihm aber aufgefallen, ähm, ähm, naja, irgendwie gefällt mir das Konzept bei denen dann doch ein bisschen besser. Und da er halt auch aus Berlin kommt und die Jungs hier in Berlin sitzen, ähm, äh, hat er dann gewechselt. Und das ging, naja, es war, gab eine große Ablösesumme. Aber, aber, ähm, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Ja, der Podcast-Transfermarkt ist schwer in Bewegung, ne? Die Bundesliga kann bald einen packen. Ähm, du hast relativ häufig gesagt so ganz ähnlich wie 4000 Hertz. Wenn man jetzt aber gerade dann letzten Slides gesehen hat, ich, ich finde so der entscheidende Unterschied ist, äh, wenn ich mir so das 4000 Hertz Portfolio angucke und vor allem auch anhöre, äh, dann merke ich da schon eigentlich ein, äh, ein relativ klares, für mich zumindest Konzept so, worauf sie eigentlich hinaus wollen. Ähm, 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 bei euch, um es jetzt mal ein bisschen zuzuspitzen, äh, finde ich, wirkt das schon wie ein sehr, sehr, äh, zwar illustre, aber trotzdem ein kompletter Gemischtwarenladen. Das heißt also, habt ihr irgendeine kuratierende Idee dahinter, was so die Podcasts hier unter eurem Label, ich sag jetzt mal Labellaufen, eigentlich auszeichnen soll? Habt ihr sowas wie Qualitätsstandards, die ihr einfordert? Also beispielsweise der Bastard, äh, sitzt ja auch durchaus mal im Auto und redet in sein iPhone rein. Also die Klangqualität kann es dann vielleicht nicht sein, die, die das irgendwie auszeichnet. Also habt ihr da, wie überzeugst du mich jetzt als Werbeschaffenden, dass das nicht ein komplettes Sammelsurium, er nimmt ja sowieso jeden? Ja, also, äh, vorab zum, äh, zum Bastard oder Jochen, ähm, muss ich ganz kurz sagen, ja, er nimmt häufig im Auto auf, weil er ist halt Außendienstler und, äh, vertreibt sich quasi da die Zeit, wenn er mit dem Auto unterwegs ist mit dem, mit dem Podcasten und macht das aber dafür, dass es, also er hat schon, ähm, äh, äh, ich weiß jetzt nicht genau, welches, welches Mic er da benutzt, aber er hat schon professionelles Equipment dabei und er hat zum Beispiel auch mal versucht, ähm, äh, die, die Hintergrundsounds, die Geräusche quasi von den, von den Autos wegzuschneiden, was heißt versucht, er hat es auch geschafft, da haben sich aber alle quasi beschwert, äh, seiner Hörer, weil die gesagt haben, das gehört irgendwie dazu und das macht so die, das bringt die Authentizität dazu, nur kurz dazu. Äh, zum anderen, zum Sammelsurium, ähm, uns war wichtig, äh, von Anfang an zu sagen, dass wir, ähm, eine gewisse Bandbreite haben, auch thematisch, um, wenn wir, ähm, naja, uns als, als Netzwerk, beziehungsweise als Marke Kastronauten verkaufen und damit an, an Unternehmen zu gehen, auch zu sagen, ähm, naja, je nachdem, was ihr ansprechen wollt, haben wir quasi für jeden was dabei. Also, äh, 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 wir haben halt, ich sag mal, den Nerd-Podcast, wir haben wissenschaftlichen Podcast, wir haben, äh, äh, ich sag mal, einen witzigen Laber-Podcast mit einer sehr jungen Zielgruppe, ähm, wir, wir kochen in einem Podcast, etc., in einem geht's halt nur um Fahrräder, ähm, also, uns war halt wichtig, von Anfang an zu sagen, ähm, bei uns gibt's für jeden was, aber natürlich setzen wir da auch auf Qualität, also, ähm, äh, es gibt halt, äh, also die Audioqualität ist halt bei jedem mindestens, äh, ein gutes Mittelmaß, also, da ist keiner dabei, der jetzt irgendwie, äh, nur zu Hause mit seinem, äh, mit seinem, äh, Apple-Headset aufnimmt und, äh, ja, das war, habe ich dann Frage ausreichend beantwortet. Also, es geht, geht auf jeden Fall darum, ähm, eine gewisse Bandbreite anzubieten, das war uns halt wichtig. Okay, ähm, kannst du vielleicht was zum TKP, hier, ach da, sorry, ja, kannst du was zum TKP sagen, ähm, zu den verschiedenen Werbeformen, die ihr anbietet, ähm, und ob dann die Podcaster selbst auch mitentscheiden können, ob ein gewisser Werbepartner aufgenommen wird und inwiefern der dann, äh, präsentiert wird? Ja, also, ja, also zum, zum TKP kann ich jetzt, äh, in den ersten zwei Monaten auch noch nichts Festes sagen, weil wir genauso ähnlich wie, äh, unsere Freunde da drüben, ähm, ähm, naja, wir stehen halt in Verhandlungen und es ist, da wir zu den, äh, ich sag mal, ersten Gehörn, die jetzt diesen, diesen Weg in Deutschland versuchen, äh, stehen wir halt viel in Verhandlungen und da können wir jetzt öffentlich nicht irgendwie, äh, äh, einen, einen TKP nennen. Ähm, zu dem anderen, was hast du noch, äh, zweitest gefragt? Der Werbeform und ob die Podcaster mitentscheiden können. Ach so, genau, ob die Podcaster mitentscheiden können, klar, auf jeden Fall. Also, das war, das ist uns auch wichtig, das habe ich, glaube ich, in der, in der Präsentation nicht erwähnt. Ähm, die Podcasts funktionieren weiterhin alle autark. Also, ähm, wir reden weder jetzt in den Content rein, noch, äh, äh, machen wir irgendwelche, geben überhaupt irgendwelche Vorschriften. Äh, die Podcasts bleiben vom Inhalt und von, naja, also das, was sie, was sie ausmacht, ähm, bleiben sie so, wie sie sind. Ähm, und wir bieten natürlich die Podcasts an und an, also, gewissen Unternehmen. Und wenn ein Unternehmen sagt, ich hab da, äh, Bock drauf, dann fragen wir die Podcasts, da habt ihr da auch Bock drauf und wenn die sagen, nee, dann sagen wir halt, okay, dann, dann halt nicht. Aber, äh, wir zwingen niemanden, äh, jetzt, keine Ahnung, äh, für die neueste Walter-PPK zu werben oder so. Ähm, eine Frage vielleicht zu, ähm, eurem Geschäftsmodell oder auch, was wir bei 4000 Hertz gehört haben. Es geht ja ziemlich viel um, um, um Werbung, also wie man Werbung in einem Medienformat unterbringt und, ähm, ist jetzt eine persönliche Meinung. Für, für mich ist da immer die Gefahr ganz groß, dass eben Werbung eben das Medienformat völlig zerstört. Beim Film und Fernsehen, ähm, finde ich, ist das manchmal, ja, mehr oder weniger unerträglich dann. Ähm, ähm, habt ihr euch da Gedanken gemacht, wie ihr das verhindern könnt oder vielleicht auch über ganz neue Geschäftsmodelle, die ihr dann, ähm, Partnern erklären könnt und mit denen man auch Geld verdienen kann? Ja. Also wir haben, wir haben verschiedene, verschiedene Slots, verschiedene heißt das Wort, ähm, ähm, äh, halt am Anfang, in der Mitte und am Ende, die wir anbieten, ähm, und worauf wir, äh, sehr viel wertsetzen, ist, dass wir keine externen Spots akzeptieren. Also es gibt jetzt, es kommt jetzt nicht, ähm, plötzlich im Cast ein Jingle und dann kommt irgendwie ein fünfminütiger Werbeblock, sondern es geht vor allem darum, äh, das zu verkaufen, was Podcast ausmacht, nämlich Authentizität. Also, ähm, Spots werden, ähm, ähm, werden bei, ähm, genauso wie bei den 4000 Jungs von den Hosts eingesprochen, um natürlich auch eine, also um diesen, um den Hörfluss auch nicht so zu, zu unterbrechen. Also, ähm, ja, wie gesagt, es geht halt darum, äh, die Authentizität auch zu verkaufen und, ähm, ja, dass wir halt keine externen Spots oder keine, keine fremd, fremdproduzierten Spots anbieten. Ja. 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 Ähm. Achso. Sorry. Steht vielleicht kurz auf, dass man euch auch besser findet. Der Herr mit dem Mikro hat vor. Ja. Sorry. Ähm, eine Frage zum Merchandise. Du hast da was erzählt von Schuhen und, äh, dass ihr damit Geld machen wollt. Ja. Seid ihr ein halbes Modelabel? Es hört sich für mich aufwendig an. Wie kann man das verstehen? Nee, also, das, das, das mit den Sneakern ist ein, ähm, äh, ist ein Zufall gewesen. Ich hab, äh, für, also meine, meine Diplomarbeit war halt im Grafikdesign-Sektor, ähm, und hatte als Thema ein, äh, ein Unternehmen von einem, von einem Freund von mir, die, ähm, die, die heißt Skurdy. Die hat sich damit, äh, selbstständig gemacht, Schuhe quasi, äh, gestaltbar zu machen und die dann zu produzieren. Und er hat jetzt einen neuen Weg gefunden, äh, das Ganze ein bisschen, äh, 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 einfacher zu machen, indem er, ähm, direkt auf, zum Beispiel, Chucks drucken kann. Und das haben wir jetzt einfach mal ausprobiert und haben bei uns halt rumgefragt. Wir sind halt organisiert, äh, auch bei Slack, also, ähm, und wir quatschen dann halt die ganze Zeit natürlich mit, mit all unseren Hosts. Und, ähm, da haben halt einige gesagt, das können wir uns vorstellen und deswegen hab ich das dann einfach mal ausprobiert. Und, äh, ja, so, das sind halt so, ist halt mal ein anderer Merchandise-Weg, den es so noch nicht gibt und den, äh, äh, möchten wir dann auch mal anbieten. Ja, so, jetzt hat er ein Mikro. Ja, äh, äh, zurück nochmal zur, zur, zur Werbung. Äh, das hört sich für mich so nach, äh, Native Advertising. Äh, also dieses, äh, wir, wir blenden das in das normale Gespräch ein. Und der Effekt ist ja eigentlich, dass, dass, dass das Unterscheidungsmerkmal gar nicht mehr da ist. Dass, dass quasi der Hörer gar nicht mehr rausgerissen wird und nicht unbedingt mehr so klar sieht, was ist Werbung und was ist Content. Ja. Ähm, ich halte das für eine Gefahr und, äh, ein, zwei amerikanische Podcasts, die ich höre, die das machen, gehen mir da auch ziemlich auf die Nerven. Ja. Nein, das, das, das sehen wir, das sehen wir natürlich genauso. Das sollte auch gerade nicht so rüberkommen, falls es so rüberkommen ist, was Fehler von mir. Ähm, es soll auf jeden Fall immer noch quasi die Unterscheidung hörbar sein. Ähm, äh, es geht halt nur aber darum, dass der Host es selber einspricht und es ist eindeutig erkennbar. Also, wir machen jetzt nicht so welche Sachen, ähm, wie, äh, die bösen Leute bei Mediakraft. Das ist so, ähm, dass irgendwie jemand, äh, ganz, äh, äh, toll von seiner neuen Michael-Kors-Uhr erzählt. Ähm, einfach so im Gespräch, sondern es ist schon, äh, stark getrennt vom Inhalt. Ähm, äh, ich hätte noch eine Frage. Ja, sehr gerne. Und zwar ein bisschen, äh, das aufgegriffen, was Ralf auch hatte, ähm, nur mit einem kleinen Spin drin, nämlich, wie akquiriert ihr eigentlich eure Podcaster? Also, wie kommt, kommt ihr auf die zu? Kommen die auf euch zu? Wie kommt ihr da zueinander? Und wie wählt ihr dann aus, wenn sich, also, wenn sich jetzt hier angenommen alle, weil sie das jetzt so geil finden, bei euch bewerben würden, nach welchen Kriterien würdet ihr auswählen, wer bei euch auftaucht und wer nicht? Also, äh, vorab und, äh, also, das muss ich jetzt einfach so sagen, wir sind im Moment voll. Ähm, wir haben jetzt 25 K's, äh, die wir gerade handeln und, äh, die halt gerade bei Slack alle auch miteinander sich kennenlernen und, äh, jetzt anfangen, äh, auch, auch, äh, sich gegenseitig auszutauschen und einzuladen in die jeweiligen K's. Wir wachsen da ein bisschen zusammen und wir kriegen, äh, pro Woche zwei, drei Anfragen, ähm, mindestens, wie, wie man bei uns reinkommt und, äh, im Moment müssen wir halt sagen, äh, meldet euch bitte in zwei, drei Monaten nochmal, ähm, bis so sich der erste Bass so ein bisschen gelegt hat und, ähm, so und dann, äh, entscheiden wir aber auch in Absprache mit unseren jetzigen K's, ähm, passt der dazu, äh, haben wir nicht jetzt schon genug Videospiel-K's, haben wir genug Serien-K's, ähm, wir wollen halt, wenn wir jemanden aufnehmen, äh, schon auch darauf achten, dass es, dass er die anderen quasi nicht verdrängt, also, äh, äh, um jetzt ein Beispiel zu nennen, wie ich gerade schon sagte, Videospiel- und, äh, ähm, Serien-Filmcasts haben wir genug, äh, falls sich dann in zwei, drei Monaten jemand anderes meldet aus einem, aus einem anderen Bereich, äh, können wir da gerne drüber quatschen. Das ist allerdings ein, finde ich jetzt gerade, sehr, sehr spannender Moment, äh, wir haben schon genug Gaming-Podcasts drin. Jetzt kriegt ihr aber in zwei, äh, Wochen, äh, das Angebot von dem deutschen Gaming-Podcast. Ja. Also habt ihr dafür irgendwie so einen Ethik- oder Moralkodex, dass also so der, der Bestand, äh, gesichert wird, auch versus, äh, unmoralischen Angeboten? Also, ähm, ähm, ich, wir haben, wir haben, wir haben eine ganz große Bandbreite auch von, von Hörerschaften. Also wir haben Casts dabei, die sind total klein, die haben irgendwie, äh, pro Folge 200, 300 Hörer. Ähm, wir haben aber, und das war jetzt schon gerade ein Beispiel, wir haben eigentlich schon einen von den Videospiel-Podcasts, nämlich Inside Moin, ähm, ähm, mit einer sehr großen Hörerschaft, vor allem, da er täglich, fast täglich, ähm, äh, äh, castet. Und, ähm, nein, also, äh, rein ethisch, naja, ethisch ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber, äh, wir sind stolz auf jeden und, ähm, wir freuen uns über jeden und vor allem, weil viele uns ja am Anfang, ähm, ein gewisses Vertrauen entgegengebracht haben, obwohl wir noch überhaupt gar nicht gestartet sind. Und, ähm, ja, also um deine Frage so in einem Satz zu beantworten, sollte da jetzt jemand, äh, Großes kommen, heißt das nicht, dass wir jemanden rauswerfen oder so. Also, äh, ja. Da müssten wir dann quasi ablehnen und sagen, wir haben da leider schon genug, egal, ob du jetzt eine Million oder zwei Hörer hast. Das haben wir jetzt auf Video. Okay. Ähm, ich hab noch eine Frage. Ja, sehr gerne. Und zwar hattest du vorhin angesprochen, dass ihr euch auch gerade mit so Expertise einbringt, was zum Beispiel Logo-Gestaltung anbetrifft. Ja. Oder halt auch die, das Grafik, äh, Design und halt dann auch die visuelle Identität der Podcast. Äh, was ich jetzt hier so ein bisschen sehe, ist eher, dass das schon der, der Grundstock ist, der, den die Podcaster mitbringen und Podcasterin. Äh, wo genau, also bis auf das Kastronauten-Logo ist da jetzt eure Arbeit drin oder wo plant ihr die einzubringen? Also, das, äh, von den Covern, ich muss mal eben gucken, also das, äh, Sexy-Kübitzel, äh, Cover ist von uns das Themenwechsel, das Zwei-Nasen-Tanken, äh, Reise nach Omm, äh, viele Wege für nach Omm, Entschuldigung, äh, das Padman und, äh, ja, ich glaub, das waren jetzt alle, die, ach so, und Headbeat natürlich, die da sind. Äh, es geht aber vor allem halt auch um, äh, die Websites, etc. Also, da, äh, hab ich schon bei einigen, äh, geholfen, dass der, dass der Herr da bei Facebook ein bisschen netter aussieht und, äh, dass es da alles, naja, eine, eine Linie hat. Also, ähm, natürlich waren glücklicherweise, war jetzt keiner dabei, der ganz schrecklich aussah, aber, äh, viele waren dabei, die dann tatsächlich ein bisschen, äh, grafischen Support in anderen Bereichen dann hatte. Ja. So, sind wir fertig? Eine Frage haben wir noch. Wir haben... Gerne. Ansonsten, ich bin auch den ganzen Tag hier, also. Ihr wart ja auf dem Podcamp in Essen und da hattest du gesagt, dass ihr, ähm, Podcast aufnehmt, die so ab 800 Hörer pro Folge haben und jetzt sagtest du gerade ab 200 Hörer. Ja, ja, also hatte ich da gesagt, richtig. Ähm, dann sind aber ein paar halt angekommen, äh, wo wir das, ähm, das Thema halt spannend fand, äh, oder fand denn, Maria entscheidet natürlich auch mit, ähm, und deswegen haben wir halt auch dazu, äh, uns durchgerungen zu sagen, äh, wir nehmen jetzt auch sehr kleine auf und versuchen die halt mit zu pushen, weil das halt vom Thema, weil wir es vom Thema spannend finden und, ähm, naja, wir die halt dann auch ein bisschen supporten wollten, generell von der, ähm, von der Hörerschaft. Okay, noch Fragen, bevor ich jetzt wieder schließen möchte und, nein, ich habe auch keine mehr. Gut, dann sagen wir, danke, Timo, für die Präsentation. Applaus KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KER-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KERH-KER